Hey Leute, wir sind Roadtrip und ganz ehrlich, es geht uns gar nicht darum, Toys to Masters 2021 zu gewinnen. Naja, wäre schon cool. Aber nach dem letzten Jahr sind wir einfach froh, wieder auf einer Bühne zu stehen und das zu tun, was wir lieben. Und so viele wie möglich von euch wiederzusehen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf die Bühne. Also hängt euch alle hinter eure Bildschirme und schaut euch unseren Auftritt bei Toys to Masters an. Und sorgt dafür, dass wir gewinnen. Roadtrip out.